so meine da bin ich wieder frisch aufsetzter pc nur probleme gehabt aber jetzt erst mal scheiß egal de long dark zocken geht jetzt auch wieder einstellung geht es stützt auch nicht ab beim verlassen also war wahrscheinlich mehr rechner so ich weiß dass ich viel pipi kacka gebaut haben und dass ich hier die zunde hätte können machen wir gerade mal seine zeitungs dinge dort zunde ist effektiver zunde so kann ich noch wasser es ist jetzt nicht ganz so geil ich weiß dass ich noch viel hier drin was sind hier los so aber das brauchen wir jetzt erstmal alles gar nicht denn ich muss jetzt praktisch ich habe mich bei der letzten folge verlaufen ich war nur hier warum auch immer jetzt muss ich mal ganz scharf gucken so ich bin jetzt an dem wartungsplatz ich muss hier durch einen zaun raus ich muss mal gucken ob das richtig ist hundertprozentig sicher bin ich mal nicht ob es richtig ist oh zwei dinger noch ohne so machen ich nicht alles an oder was kann ich wieder irgendwelche socken abgezogen oh leck das gibt sonne hier gibt es fleisch das wollen wir aber momentan nicht so jetzt pass move das ist praktisch wenn ich jetzt diesen see weiter gehe müsste ich über eine brücke komme theoretisch da hinten ist die brücke ein bisschen kalt so das muss jetzt richtig sind hinter mir ist nämlich jetzt was anderes ich habe das ding doch einfach auf weil ich die frisur jetzt nicht machen wollte wegen der kopfhörer sieht das dann nachher nämlich sowieso wieder ich habe mir dann noch essen gehe habe ich mir dann gesagt komm dann mach es auf mittag dann mache ich jetzt einfach das stirnband nochmal drauf ich bin schon wieder falsch ja ich glaube das ist wieder falsch ja ich glaube das ist wieder falsch sieh mal gleich aber theoretisch kannst du denn falsch sind oder du bist jetzt auf einer straße hier ist keine straße oder vielleicht doch das geht dann irgendwann hier nämlich weiter ne ja von der enge her könnte es stimmen auch noch so kalt naja geht noch aber es ist durch das dass ich die socke nicht anhangen kann ich hier nicht mehr rumlaufen das ist schon geil oh Gott hier geht es nicht mehr weiter ah ne jetzt misst es okay es geht noch weiter hunger Oh, ich habe die Leuchtpistole. Cool. Oh, die Show ist komplett aus Nanna. Oh, ich habe die Leuchtpistole. 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 Oh, das ist wirklich trocken. Dann alles hier. Ich probiere es eher mal, ob es vielleicht so angeht. Ich habe live gespielt, das muss ich unbedingt nochmal live machen, nämlich ziemlich geil. Überlebungsmodus, oder wie das heißt, egal auf welcher Stufe. Es geht um die Tage, die du überlebst, ist alles so weit freigeschaltet, muss ich halt alles irgendwie finden, aber du kommst ohne Kleidung raus, die dich warm hält und das geht direkt runter, direkt wie Sau, ey. Alles klar, jetzt wird es hier warm drin, jawohl. Blumentopf, Regale. Oh, Keller haben wir auch noch. Oh, ich will doch mal mehr Lämpchen hier. Oh, ich habe es nicht angemacht. Die Batterie ist wahrscheinlich tot. Still. Ich kann ihn in handeln. Ja, logisch, oder? Taschenlampe, sie hassen das Licht. Auf deinem Weg findest du vielleicht elektrische Geräte, die seit dem ersten Leuchten inaktiv waren. So werden beispielsweise Taschenlampe durch das merkwürdige Leuchten am Himmel zum Leben erweckt. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Mann, ist das dunkel hier, eh. Genau, gucke, was hier abgeht. Ja, gucke, was hier. Oho, jetzt hat sie wieder übersprungen. Jetzt springen wir mal durch. Was haben wir denn hier? Schutzhandschuhe. Das sind keine Kameräe, die. Das sind die Kameräe, die. Schon Metallschrott. Gewehrpatrone. Das ist gut. So, das gucken wir in der nächsten Runde weiter, dort wo ich jeden Millimeter durchsuche. Bis zum nächsten Mal.